Hallo, hier ist der Heiko von Aquanau24. Ich habe euch hier die Maske Miniview von ScubaPro mitgebracht. Die Maske Miniview von ScubaPro ist speziell gemacht für kleine, schmale Gesichter, also ideal für Kinder und Jugendliche oder auch gerade Frauen mit schmalen Gesichtern. Die Gläser sind in einer leichten Tropfenform nach unten erweitert. Das erleichtert den Blick direkt runter an den Körper. Ihr habt hier ein breites Maskenband, was schön großflächig hinten am Kopf anliegen kann. Eine einfache Verstellmöglichkeit, durch einfaches Anheben der Maskenschnalle, kann ich das Maskenband weitermachen. Zum Engermachen einfach am offenen Ende ziehen. Und wenn ich das Band mal komplett auswechseln will, ist das ein einfacher Steckmechanismus. Einfach eindrücken und ich kann das gesamte Band lösen und problemlos gegen ein Ersatzband austauschen. Die Miniview gibt es in drei verschiedenen Farben. In diesem grün hier, in gelb oder in blau. Das war die Maske Miniview von ScubaPro. Speziell für Kinder und Jugendliche. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Euer Heiko von Aquanaut24. Die Maske Miniview appointedet sichẫm zachが Eine Maske Miniview von ScubaPro. Nur in diesem grünen Schuben allergü givingt die Maske Miniview die KKOBO. Die Maske Miniview von ScubaPro.